nicht er spart ihr auf den werte kosten ich kann meine wibachs ausgeben ich kann meine wibachs ausgeben ich krieg den wersuch also ich krieg den wettbewerb ich krieg den wettbewerb fast grad ich krieg den wettbewerb immer gratis Ich weiß es, ey. Hey, ich mach solche geheimen Challenges. Komm, weil es wahrscheinlich wie in Season 8 da dieser gratis Battle passt, wo solche Herausforderungen kommt. Vielleicht, vielleicht. Hey, da können wir ja Bottlabs machen. Dann kannst du dich ein bisschen einspielen. Ich bin auch noch nicht eingespielt. Wenn du noch so im Launer bist, dann sieht's ja ganz. Ich versteh dich nicht. Du bist so leise jetzt. Ich versteh dich nicht. Du bist hier zu leise. Ähm, nein, den gab's schon immer. Nur ich hab den Scanner erst gestern geholt, weil ich ihn... Äh, ich hatte ihn eigentlich schon früher, aber... Ja... Ich hatte... Nein, nein. Ich hab den Account noch, aber... Ich hab grad nicht drauf. Ich bin echt... Ich mach den mal Grubmannführer. Was? Ja... Ja... Ich bin noch nicht eingespielt. Guck, du siehst ja welches Level ich bin... Weißt du? Ich versuch zu landen... Ich sterbe... Hier, warte mal, warte mal... Warte mal! Wenn ich so versuch normal zu zocken... Ich lande, ich sterbe direkt von dem Begegnung. Deswegen besser nicht, okay? Ich bin halt zu hohes Level. Ich bin zu hohes Level, deswegen... Doch, doch, das kommt auch... Ich komm... ... ... ... ... ... ... Die... ... ... ... Der Mangral hat noch härtere Lobbys. Junge, ich hab Mangral Lobbys. Ab Level 220 oder so. Wärts noch schlimmer. Übrigens, die Season geht nur noch ein paar Tage. ... ... ... ... ... ... ... Ich hab keine Freunde, ich hab ja keine Freunde, können wir in Dörte Docs landen? Bitte, ich muss nur Challenge machen, ich muss dann unter den letzten 10en sein, für extra X-10. Ich muss mal Dörte Docs landen und unter den letzten 10en sein. Ich hör dich übrigens nicht. Bedankt dich doch beim Busfahrer, du Ehrenloser. Bedankt dich doch beim Busfahrer, Junge. Du Scheiße, nein. So, Dörte Docs. Guck mal, ich hab ein Flugzeug hängengeleiter. Ich hab ein Flugzeug hängengeleiter. Siehst du mein Hängengeleiter? Ich hab so ein Flugzeug als Hängengeleiter. Passt das? Ja, ich bin schon gleich gelandet, könnt's glaub ich nicht mehr sehen. Ja, das ist ganz, äh, meins für dieses Star Wars Flugzeug, meinst du? Dieses Star Wars. Ja, das benutze ich auch nicht. Das ist hier so ein richtiges Schluckzeug. Das ist so ein legendärer Gleiter halt. Gegner? Oh mein Gott, ich will Marschmallow eigentlich gar nicht so gern töten, aber ich muss mich fühlen. Kills, Kills wieder mal am Start. Noch einer? Sorry, Marshmallow. Wo bist du, du scheiß Opfer? Olaf, wo bist du? Wo ist Olaf? Oh mein Gott! Wer hat das grad geworfen? Oh, das war ich anscheinend. Ey, pass auf! Sunny Boy, das ist dein Ende. Das war Wendy's Ende. Hä, wo ist jetzt dieser Brut? Ah! Leute, das ist ja uns verpackt einfach! Da, nix dagegen, nix dagegen. Nee, du zielst mir den ab. Hab ihn. Da ist noch einer, da ist noch einer. Alter, in Dirty Dogs hab ich noch nie so viel Kills gemacht. Noch einer? Noch einer? Ich hab noch einen, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Warte mal. Boah, hat dafür Muni! Ey, weißt du, was das Krasse ist? Ey, alter, ich hab einfach fünf Kills in Dirty Dogs gemacht, alter. Fünf Kills! Fünf! Fünf Kills in Dirty Dogs, Junge! In Dirty! WCF! Wie ist das wirklich? Wie ist das wirklich, Junge? Fünf Kills, alter! Fünf! Fünf ganze Camps! Ja, trock, wir waren nicht mal viele Bots landen hier. Ja, da hinten sind noch welche. Kämpfen grad. Die Bots, alter. Die hol ich mir. Die knüpfe ich, die knüpfe ich mir vor. Ne, ich glaub, der hat einen schon gekillt. Komm her, du Bots! Ohoho! Weg bist du! So, ich hab ihn. Ey, gönn mir doch den Loot, alter! Was hast du, Mann? Ich hab sie gekillt. Richtig scheiße, ich weiß. Was? Ey, Junge! Lass mich doch mal bearbeiten! Du Scheiße! Oh, fuck! Ich hab auch sie geschossen. Ich hab auch sie geschossen. Ja, plötzlich muss man nur an der Tasse drücken. Auf der Konsole muss man halt gedrückt lassen. Das ist doch schwierige auf Konsole halt. Auf der Konsole ist das bisschen schwerer. Ich geh zu Brutus. 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 Was ist das? Ich geh zu Brutus. Ich bekomme ein Minigun. Ja, Junge. Er kann der fast langweilig, Junge. Ich hab auch solche Exclusives Skins, alter. Also. Nein. Ich will nicht. Ey, Junge, hör doch auf! Jungen, wir machen mal ein Sneak, aber nein, er fließt direkt, Alter. Ja, wie haben wir denn Kills spielen wollte, Alter. Also echt. Oh nein, 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 baue ich doch zu! Ich hab's gesagt, du sollst mich zubauen, Alter. Wir haben voll viel Leben verloren, Alter. Alter, ey, du hättest mich zubauen sollen, Jungen. Ich hole eine Brutusitz. Pass auf. Warte, geh weg, geh weg, geh weg, ich hole ihn schon, geh weg! Geh weg, hab ich gesagt, Junge! Junge! Du bist so lost, Alter, mit mir hat er mich abgeschossen, Alter. Wie lost bist du, Mann? Och, Junge, du bist so schlecht, Alter. Du bist so schlecht, du hättest dich total stecken sollen, Mann. Ich spiel nicht mehr mit dir, Alter. Ich spiel nicht mehr mit dir, ich krieg dich jetzt raus, Alter. Du bist so lost, Alter, du kannst gar nicht mehr mit dir, Alter. All right. Du bist so positiv, Alter. Und ост Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020